Hi zusammen. Was geht ab, Leute? Und zwar werden wir heute Tacos machen und das blind. Genau. Und mal schauen, wer die besten Tacos macht. Ja, und wir haben jetzt die Augenblinden vergessen. Oh. Und zwar haben wir hier verschiedene Zutaten und... Das haben wir. Haha. Wir haben jetzt diese zwei Peperonis. Bio. Etwas scharfes, was ich nicht benutzen werde. Peperoncini heißen die, glaube ich. Wir haben rote Zwiebeln. Geil. Das sind die besseren. Ja, die sind besser als die weißen. Weil... ist so. Weil... ist so. Ist so. Und wir haben Salat. Bio. Und natürlich noch die Tortillas. Pajitas. Pajitas Tortillas. Und hier haben wir Soße. Mh. Und hier haben wir, obwohl das eigentlich nicht dazu passt, Nacho Cheese. Also, dann beginn jetzt mal. Machen wir halt was. Wir beginnen. Und dann muss ich zuerst meine Haare schließen. Schließen. Mh. Also, das ist halt schon eine Herausforderung, weil... Zum Beispiel diese werden wir auch schälen müssen, ohne zu schauen. Und ja... Das sind ja geschält. Hm? Das sind schon geschält. Das auch. Ja. Das hat keine Ahnung vom Kochen. Okay. So, wir benutzen T-Shirts, weil wir einfach cool sind. Ja, weil wir arm sind. Das geht gar nicht. Es muss gehen. Das geht gar nicht. Wie hast du es gemacht? Ich bin bereit. Also, ich muss sagen, dass ich das noch nie gemacht habe. Auch nicht ohne zu schauen. Bist du das? Nein. Wo sind sie denn? Ich bin der Bibe. Putze, Mann. Ich will essen. Wie hast du das gemacht? Oh Gott, oh Gott. Mit dem Ding. Mit den Ärmel. Mit den Ärmel. Mit den Ärmeln. Yes. Jetzt sind meine Haare mit drin im Knoten. Das ist schon mal gut. Nicht. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Kannst du die Ärmel hoch? Okay, let's go. Dann beginnen wir mal. Willst du eine... Das ist... Ah. Nein, ich will esst die Zwiebeln. Da, das meine ich doch. Oder nein, ich will eine Paprika. Okay, das ist eine Paprika. Ah. Ich hab mich verschrieben. Nein, warte. Das ist keine gute Idee. Komm, gib auf. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich werde es rocken. Also jetzt bin ich einmal froh, dass meine Augen zu sind, weil so brennen meine Augen nicht. Ah. Happy Birthday. Ich will nicht wissen, wie nach meiner Hände schmecken. Leckere Hände. Es fällt mir alles runter. Du hast keine Ahnung. Oh nein, das wird jetzt etwas anderes begangen. Hm? Hä? Hä? Ah, sorry. Ich glaube, ich komme hier nicht voran. Lecker. Keine Ahnung, ob das gut ist, was ich hier mache. Zwiebeln. Achtung. Hör mal auf zu schneiden. Was machst du? Was machst du? Ich will Zwiebeln. Ja, aber nimm nicht die, die ich geschnitten habe. Hier. Hier. Das? Da oben. Aha. Das müsste ich irgendwie auf die Seite tun. Ah. Das ist ein gefährlicher. Ich habe immer noch Angst. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Aber. Da hast du schon Ahnung. Aber, aber. Kommt schon. Aber, aber, aber. Wie schneidest du die länglich? Hauptsache, es sind geschnitten. Ah, danke für die Info. Das hätte ich ohne dich nicht gewusst. Keine Sorge. Kein Problem. Kein Ding. Ich liebe es. Roh zu essen. Möchtest du auch ein bisschen Zwiebelroh essen? Mhm, mache ich gerade. Zwiebeln? Mhm. Ich könnte eine ganze Zwiebel essen. Also ich glaube, das ist genug. Du. Ich nehme eine Fajita. Fajita meine ich. Ich schneide es jetzt kleiner. Okay. Ähm. Also warte mal. Es ist sicher schon längst nicht mehr warm. Und wo das ist? Oh fuck. Scheiße. Wo ist wo, Kollege? Wo ist wo? Das ist hier die Frage. So, also ich habe jetzt hier fertig geschnitten. Wo sind die Pferonen? Und das ist wahrscheinlich eine gute Menge. Oh. Ne, warte. Jetzt kommt das Beste von allem. Und zwar. Oh, warte mal. Es gibt ja auch noch Salat. Oh. Habe ich vergessen. Ach, das hätte ich nicht sagen sollen. Wo ist das Salat? So? Ich habe Angst, dass ich in die Soße reinfasse. Hm. Was ist das? Das ist ein Peperoncini jetzt. Wir haben gar keinen Teller für das. Was? Egal. 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 Ich glaube wir müssen nachher Staubsaugen. Nö. Okay, 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 okay. Okay, okay. So. Ah, ich hoffe ich schneide mich nicht selbst. Hm. So. Hast du sie zurückgesagt? Sie war? Welches ist? Nein. Sie ist immer noch dort wo sie ist. Hä? Das meinte ich doch. Ich brauche jetzt Salat. Dann hatte ich alles. Du gibst mir den Salat. Bitte. Es ist geöffnet. Pass auf. Ey, was ist los? Beräh mich nicht. Okay, jetzt kommt das Finale. So. Wo ist das? Ach du Scheiße. Ach so, da. Okay, das ist mal nicht so gut. Also das ist jetzt die Paprika. Und ja, wir haben die Hände gewaschen natürlich. Genau, das machen wir immer. Fast immer. So. Salat kannst du gerne ein bisschen mehr haben. Ich bin fertig. Du bist fertig. Hier meine Leute, seht ihr. Das ist schön, glaube ich. Warten wir das noch nicht wegnehmen. Roland. Tja. Tja. Oder ist es Geschmackssache? Tja. Tja. Also ich glaube, ich bin fertig. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Ah. Ah. Es ist so hell. Es ist so hell. Du warst viel sauberer. Scheiße. Hä? Wann ist das alles rausgefallen? Was? Keine Ahnung. Guck mal, wie schön. Perfekt. Muah. Meiner ist auch nicht schlecht. Schau mal von innen sehen. Wow. Oh mein Gott. Der ganze Salat ist rausgefallen. Ist so schlecht, ja? Schlecht, ja? Schlecht, ne? Ach so. Also da muss viel mehr Soße rein. Und das mache ich jetzt, wenn ich habe Hunger. Hm. So. So. Meine Hände sind so am Arsch. Links. Einmal rechts. Und einmal beißen. Mhm. 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 Meine weiße Hose. Mie. Also einmal so. Und dann so. Und dann so. Nein, links oder rechts. Das muss ich entscheiden. Und einmal zin. Guck mal mit einer Hand. Ich bin perfekt. Was habe ich dafür, dass ich das noch nie gemacht habe? Und du anscheinend? Das als Hobby machst. Mhm. Schreib mal. Wer es besser gemacht hat. Das ist unfair. Ich habe es noch nie gemacht. Ich muss nur aufreden. Ja, jedenfalls verabschieden wir uns mit diesem Video. Äh. Mit diesem Fajita. Wir verabschieden uns mit dem Fajita. Mhm. Weil wir gönnen uns jetzt ein bisschen. Und machen vielleicht noch ein paar. Hunger. Mhm. Und. Und was? Und. Bis dann. Und ich habe einen Hund. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020